Hallo, heute eine Kolumne von Harald Martenstein mit dem Titel Olaf Scholz und seine Wahlkampf-Hits vom 12. Mai 2024. Viel Spaß! In den letzten Tagen war viel von der CDU und von Friedrich Merz die Rede. Da drängt sich die Frage auf, was machen zurzeit eigentlich die SPD und Olaf Scholz? Inzwischen zeichnet sich ab, wie Olaf Scholz im nächsten Jahr seine Wiederwahl erreichen möchte. Angeblich mit einem Versprechen, das mich an den Kneipenruf Freibier für alle erinnert. Das hat schon 2021 geklappt, als Scholz das in Anbetracht der Ausgangslage atemberaubende Ergebnis von 25,7% für die SPD holte. Sein Wahlkampf-Hit hieß »Erhöhung des Mindestlohns«. Das könnte man wiederholen. Über Stimmenkauf durfte ich in den 90ern mal für Geo eine Reportage schreiben, die trug den Arbeitstitel »Porträt einer Bananenrepublik«. Ich durfte in einem kleinen Karibikstaat recherchieren, dessen Namen ich lieber verschweige. Bananenrepublik darf man heute bestimmt nicht mehr sagen. Vor den Wahlen ließ der seit zwei Jahrzehnten amtierende Präsident sich immer mit seiner Luxuslimousine durch den kleinen Staat chauffieren und verteilte an die Wähler Geld. Die Geldübergabe fand diskret im Inneren des Wagens hinter getönten Scheiben statt. Im Rückblick finde ich, dass der alte Präsident seinen Wahlsieg mit faireren Mitteln erreicht hat als 2021 und vielleicht bald wieder Olaf Scholz. Das Geld, das der Präsident verteilte, stammte nämlich, nach allem, was man wußte, aus seinem Privatvermögen. Wie er zu diesem Vermögen gekommen war, ist eine andere Geschichte. Jetzt war es jedenfalls sein Geld. Er gab einen Teil davon an die gleichen Leute zurück, denen er es vorher abgenommen hatte. Mit der Erhöhung des Mindestlohns aber verteilt unsere Regierung Geld, das eindeutig anderen gehört. Den Mindestlohn müssen nämlich die Arbeitgeber bezahlen. Jetzt schon machen Restaurants, Kneipen und Clubs dicht entweder, weil die Betreiber keine Leute mehr finden, die trotz Bürgergeld arbeiten möchten, oder weil der Mindestlohn einfach nicht erwirtschaftet werden kann. Den Lohn, den er zahlt, muss so ein Unternehmer erst mal verdienen. Denn manche Politiker wissen das heute gar nicht mehr. Falls das Mindestlohnrezept wirklich ein zweites Mal funktioniert, wird die SPD bei der übernächsten Wahl womöglich sogar einen Mindestlohn von 100 Euro die Stunde versprechen. Warum nicht? Das klingt sozial noch gerechter und macht Hoffnung auf die absolute Mehrheit. Falls anschließend die Wirtschaft zusammenbricht, kann man das auf den Klimawandel schieben, auf das Patriarchat oder den Rechtspopulismus. Auch da muss ich im Vergleich den alten Präsidenten des Karibikstaates loben. Sicher, er nahm gerne Provisionen für dies und das. Aber er hatte ein Gefühl dafür, wie viel er seinen Landsleuten abknöpfen konnte, ohne sie zu überfordern oder sie echt wütend zu machen. Auch die Mafia kalkuliert ihre Schutzgelder meines Wissens immer so, dass die Schutzgeldzahler nicht daran kaputt gehen. Den Instinkt dafür, wie viel Geld man der Wirtschaft wegnehmen kann, ohne sie zu ruinieren, scheint die deutsche Regierung nach und nach zu verlieren. Der zweite Wahlkampf-Hit für 2025 heißt Friedenskanzler Olaf. Die SPD will damit punkten, dass Scholz angeblich den Atomkrieg verhindert hat und angeblich eine Verwicklung Deutschlands in den Ukraine-Krieg. Dies konnte angeblich nur gelingen, indem die Ukraine nie die Kontrolle über ihren Luftraum erhielt, keine Raketen bekam, mit denen sie die Bombardierung ihrer Städte und Infrastruktur durch Angriffe auf russische Flugbasen hätte verhindern können und immer nur genau so viele Waffen, dass nicht Putin ernsthaft in Schwierigkeiten gerät, sondern sie selbst. Auf diese Weise, so zeichnet sich inzwischen ab, ist die Ukraine bis zum nächsten deutschen Wahltag womöglich wirklich befriedet, allerdings auf die harte russische Art. Das wird sicher hässliche Bilder geben. Und daß Putin sich nach diesem Sieg wie ein schnurrender Kater friedlich auf die Kaminbank legt, halte ich für wenig wahrscheinlich. Ich frage mich, wieso man sich mit so viel Pathos in einen Konflikt stürzt, Stichwort die Zeitenwende-Rede, aus dem man sich im Grunde lieber heraushalten möchte. Was Olaf Scholz eigentlich will, außer Kanzler bleiben, verstehe ich nicht mehr. Ein Kompromissfrieden wäre doch kurz nach Kriegsbeginn bei Verhandlungen in Istanbul zu haben gewesen. Viele Russen und Ukrainer lägen dann heute nicht auf dem Friedhof. Damals ließ sich die Ukraine auch deshalb nicht darauf ein, weil sie auf die massive Waffenhilfe des Westens vertraute, unter anderem aus Deutschland. Das war ein tragischer Irrtum. Bis zum nächsten Mal.